Willkommen zum neuen Teil von Behind You. In dem Video, was du dir gleich anschaust, geht es um Szenen nach einer Sitzung mit dem Witchboard. Wir hatten wieder das Kinderlachen, was wir schon einmal hatten. Fußtritter, Fritter und die Treppe hat geknarrt, obwohl da keiner lang gegangen ist. Bleibt dabei. Willkommen zum neuen Teil von Behind You. Wir hatten gerade eine Witchboard-Session im unteren Teil. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. Da haben wir eine Session mitgemacht und wir sind jetzt gerade, das was ihr jetzt gerade seht, das sind die Momente nach dem Board. Es ist nämlich hier zu verschiedenen Geräuschen gekommen. Martin, was hatten wir für Geräusche? Ich sehe mal bitte. Wir hatten wieder das Kinderlachen, was wir schon einmal hatten. Fußtritter, Fritter und die Treppe hat geknarrt, obwohl da keiner lang gegangen ist. Okay. Und wir sind definitiv alleine. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache, dass wir alleine sind. So, wir sind wieder bewaffnet mit dem kompletten Equipment. Von GoPro angefangen. Die GoPro nimmt die beiden Geräte auf. Einmal für elektromagnetische Felder und einmal für Elektrosmog? Elektrosmog. Ich verdrehe das immer. Und Witchboard-Session ist hinter uns. Wir hatten Kontakt zu einem Geist, Dämon. Wir wissen selber nicht ganz genau. Und Martin ist gerade den Raum am absuchen. So, Martin, pass mal auf. Ich will dich jetzt ganz gerne mal alleine hier oben lassen. Das ist jetzt nur die Lampe. Das Gerät funktioniert definitiv. So, ich drehe mal um. So, ich möchte Martin jetzt hier alleine oben lassen, einfach um zu schauen, ob ein bisschen mehr Aktivitäten sind. Ist das okay, Martin, wenn du alleine bist? Ja, das ist voll genau ab. Aber dann soll ich dir die Cam geben, oder wie machen wir das? Ich schaue mir einfach die Cam. Dann drehe ich das um, dass ich das sehe. Das ist okay. So, dann bin ich unten. Dreh nochmal auf mich. Leute, ich bin aus dem Raum. Ihr könnt zuschauen, wenn ich aus dem Raum rausgehe. Geil, kein Problem mit. Martin, komm gleich wieder. Ja. So, wir hatten ja gerade, wie gesagt, wie der Marc erzählt hat, die Session gehabt. Und hatten wieder mal Geräusche, die nicht von uns stammten und von uns sein konnten. Und deswegen sondiere ich jetzt mal hier alles. Ich gucke mal eben nach. Also hier, das kann der Marc bestimmt dann einblenden, dass das Gerät funktioniert. Das ist die elektronische Quelle von der Lampe her. Du könntest ja auch mal anders versuchen. Bist du noch anwesend? Hier wird es stärker. Habt ihr das gesehen? Bist du Margarete? Auch wieder ein Ausschlag. Das kann der Marc euch dann auch zeigen. Bist du hier gestorben? Scheinbar nicht. Bist du die, die wir gerufen haben? Bist du die, die wir gerufen haben? Bist du mit freundlichen Absichten hier? Schlägt auch zum Glück. Sollen wir dich ins Licht führen? Nichts, rein gar nichts. Weißt du, dass du tot bist? Hier ist es ganz heftig. Diese Stimmung hier ist gerade... Möchtest du, dass wir dir helfen? Das ist gerade absoluter Hammer. Also, ich weiß jetzt absolut nicht, was ich dazu sagen soll. Hier ist es, hier, 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 hier in der Ecke. Bist du die Püppi? Ich hole mal lieber den Marc wieder. Marc, komm mal zurück. Wir haben hier ganz viel Ausschlag. Marc? Also, ich muss euch sagen, also mir geht es gerade gar nicht gut. Dieses Drücken in dem Raum. Hier, Marc, übernehme mal bitte. Wir haben hier nur... Das wirst du in dem Video sehen. Wir haben hier nur Ausschlag drauf gehabt. Ich habe ein paar Fragen gestellt, die auch beantwortet wurden. Es ist gerade... Also, ich gucke mir das im Video nochmal an. Alles gut? Ja, es ist... Es ist auf jeden Fall... Wir können das auch gleich mal umgekehrt machen, wenn du Bock hast. Das ist definitiv Margareta, die wir gerufen haben. Von Bord, ja. Da bin wir drauf, okay. Von Witsport? Von Witsporti. Und sie weiß auch, dass sie tot ist. Ich habe die Frage mal gestellt. Wir haben auch eine Antwort bekommen. Ich merke, hier ist richtig Druck drin. Hier ist richtig Druck drin. Pass mal, wir machen jetzt Schluss an der Stelle. Ein bisschen runterfahren. Wir machen kurz ein bisschen Pause unten. Einfach, würde ich sagen. Einmal runterkommen. Leute, spannende Folge. Ich habe es nur jetzt gehört. Du wirst es im Video sehen. Ich gucke es mir im Video an. Weil wir haben gesagt, wir wollen es alleine machen, einfach um zu gucken, ob so eine Geistform letzten Endes mehr Kontakt aufbaut, wenn man auch mal alleine ist. Wie ich jetzt gerade das mitbekommen habe, war es erfolgreich. Das Gerät lügt nicht. Das ist kein Gerät, was man so eben ausschlägt, denke ich. Leuchtet nicht, leuchtet nicht, leuchtet nicht. In dem Sinne, schön, dass ihr reingeschaut habt. Wir wollen die gleiche Session. Mach Pause hier. Mach die gleiche Session gleich nochmal. Bleib ich alleine hier oben. Und das werdet ihr dann im nächsten Teil von Behind You sehen. In dem Sinne, Martin, möchte ich Lichter machen? Passt schon. Haut rein. Haut rein. Ciao. Sein. Was ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017